Hallo meine lieben Gamer und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Minecraft War 2. Heute wird noch zusätzlich ein Mario Kart Part kommen und die nächsten Tage werden auch Minecraft War Parts kommen, aber zusätzlich noch Nintendo oder PS4. Nur damit ihr das wisst. So, wir gehen jetzt auf den Server. Wir waren ja in der letzten Folge eben in dieser Netafestung. Alles klar. Und ihr müsst mir immer noch in die Kommentare schreiben, ob das normal ist, wie meine Herzen aussehen. So. Ja, 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 Fika. Brauchen wir eigentlich noch was von der Höhle? Hier dürfte eigentlich auch kein Gast voreinkommen. Wartet, ich gehe nochmal runter. Sorry, da war kurz eine Meldung. Ich gehe nochmal kurz runter und sonst gehe ich jetzt gleich zum Ausgang. Kommt das jetzt hier herein? Ne. Okay, aber eigentlich müssten wir auch die ganze Festung durchsucht haben. Eigentlich. Da ist auch nichts mehr. Ist hier noch was? Ich würde sagen, wir farmen einfach mal ein paar Level. Wir bräuchten dann nur noch Leder. Von dem wir eigentlich gar nichts haben. Alles klar. Was ist denn hier? Gehe ich da oben oder unten? Okay, ich glaube eher oben. Sorry, ich bin nur ein bisschen erkältet. So, jetzt gucken wir uns hier die Koordinaten an. Also, wo wir hineingelaufen sind, aber sonst müsste das hier eigentlich schon passen. Ich will ja nur die Level. Nice. Was ist denn Witter? Wie sieht hier aus? Ja, da auch nicht so viel riskieren. Wir haben zwölf Level. Ich weiß nicht, auf wie viele wir farmen. Ich würde schon sagen, mal halbwegs ein paar. Weil wir brauchen auch viele Level. Okay, anscheinend müssen wir da runter. Muss ich nur gucken, wie wir am besten da runter gehen. Wow. Wir müssen nur aufpassen. fassen wegen der Lava okay ich denke das ist hier dass wir wieder zurücklaufen komm komm während dem zurücklaufen dann sammeln wir noch ein paar Level alles klar da hat sich mal einer hochgebaut ich weiß noch nicht mehr von wo ich kam aber ist ja mal egal so so gast wo bist du ich hab dich schon einmal erledigt Worte war das gerade knapp okay ich glaube ich gehe schon in die richtige Richtung oder halt ich hoffe es auch wo eigentlich da hinüber müsste schon richtig sein so gut ich sehe das Portal komm ich da so rüber ja ja Alter wir haben das Portal wieder gefunden so mal was essen und und wieder hindurch b wache 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 ist der Instant TNT Alter was geht mit denen hier also wir brauchen jetzt Kühe weil wir haben ein paar Level machen wir alle kaputt ne so Kühe 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 wir brauchen unbedingt Kühe was habe ich eigentlich was ich nicht brauche so 500 minus 500 was machen wir denn hier hinein Nähterwarzen Nähter Zeugs hier ähm Papier Alter uns fehlt Bruchstein im Ernst dann müssen wir schnell Cobblestone holen 1 2 3 1 2 3 jetzt noch 8 so perfekt so 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 geht weg Ohne Rukla bitte Ohne Rukla bitte so 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 ich nehm mal hier die Sticks die sind heilig wir brauchen die unbedingt da sind jetzt Schafe aber Schafe sind keine Kühe oder Pferdekühne auch so Schweine nicht Schafe auch nicht um Mann Hühner auch nicht Alter haben wir jetzt alles gesehen außer Pferde und Kühe da sind viele Viecher da sind viele Viecher aber alles nur Schafe Hä kann nicht mal ein braunes Vieh irgendwo sein wenn wir wetten jetzt kommt ein braunes Schaf war in den Wäldern sind sie oft Alter wie viele Schafe hier einfach sind ich geh ein bisschen essen farmen und level so perfekt war es noch scharf da ist noch ein Schaf da waren ja noch ganz viele ah ja hier so gehen wir mal auf den hier dann auf dem ja ja erst 14 hä kommen wir jetzt wirklich noch noch wenig vor die bringen nicht gerade viel Level aber es sind ja noch genug ok da sind noch zwei ohne lags bitte alter hier da sind noch ja 31 ist jetzt schon eine bessere Zahl ha Tch Entschuldigung So, jetzt ist die Folge schon vorbei, aber dieses Schaf töten wir noch und seinen Nachbarn auch noch. Und das auch hier. Ja. So, loggen wir uns hier aus, gucken nur noch kurz, ob da noch was ist. Oh, nein. So. Dann war's das auch mit diesem Part. Wir haben leider keine Kür gefunden. Wir bräuchten dann auch noch ein paar Strings und noch zwei Dias mindestens für ein Dias-Schwert, das wir dann eben mit unserem hoffentlich Schärfe 5 Buch verbinden. Aber sonst war's das mit dem Part. Wenn euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch da lassen. Ihr könnt auch ein Abo da lassen, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Heute kommt ja noch zusätzlich der Mario Kart Part. Und morgen und die nächsten Tage kommt auch noch zusätzlich einer. Dann würde ich sagen, war's das. Ciao.